Die große Kunst, glaube ich, ist, die Verhältnisse zwischen Entspannung und Spannung hinzukriegen. Es ist Martin Tingwall und er hat schon dreimal den Jazz-Echo gewonnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Klick Klack. Diesmal begrüße ich Sie aus Leipzig. Hier spiele ich mit dem wunderbaren Gewandhausorchester unter der Leitung von Christian Maccellaro, das Cello-Konzert von Misterslav Weinberg. Doch beginnen wollen wir unsere Sendung heute mit einem ganz jungen Geiger aus Stockholm. Es ist Daniel Lozakovic. Er ist gerade mal 19 Jahre alt und wir haben ihn in München getroffen. Ende letzten Jahres hatte ich eine kleine Tournee mit einem Kollegen aus Argentinien. Es ist Nelson Görner und Sie werden gleich sehen, Nelson ist ein fabelhafter Pianist. Ich würde sagen, die marvels von tun, was wir machen, als Musikerinnen. Es wird niemals das gleiche. Ich würde sagen, es ist als Musikerinnen. Vielen Dank.